hallo ich begrüße dich zur foxfit challenge schön dass du dich dieser herausforderung stellst wir haben im prinzip zwölf wochen echte power vor uns und dieses programm hat den einfachen sinn und zweck dich in den ersten drei monaten ideal an die hand zu nehmen dir passgenaue einheiten für ein kontinuierliches vorankommen zu bieten und ich kann dir jetzt schon versprechen du wirst deutlich mehr kondition haben du wirst dich muskulär verändern du wirst definitiv mehr energie und power für dich spüren deine gesamte körperhaltung und eben auch damit verbunden dein erscheinungsbild werden definitiv anders aussehen und jetzt kann ich dir nur sagen lass uns beginnen viel spaß dabei ich freue mich auf dich